Jetzt nehme ich sicher auf. Ich glaube ich habe schon aufgenommen. Oh, was liegt da alles? Äh, Skalpell. Pinzette. Schere. Medex. Medex. Zange. Blutpaket. Stim-Packs. Hä? Knochensäge. Also bitte, lass mich aufnehmen. Spiel. Ja. Knochensäge mitnehmen. Unbedingt. Ähm, Stützbandage. Hm. Oh, was liegt hier? Sehr schön. Schrauber. Naja. Ich werde es gleich mitnehmen. Strahlenschutzanzug nehme ich mir auch mit. Nein. Das mitnehmen, das mitnehmen. Stim-Pack. Du funktionierst nicht. Was? Ach, nacht sich. Ding. Lag da oben. Lauter Bücher. Schreibtische ist leer. Instrumente. Ein Seesack, der leer ist. Tolles Versteck eigentlich hier. Ähm, jetzt zu der Waffe. Was bist du? Rattentöter. Es hört sich so an, als wäre der gut gegen Ratten. Nur so eine Vermutung. Wo habe ich dich? Da. Äh, Schaden möchte ich mal ansehen. Schaden pro Sekunde 21. 20, 14. 20, 14. Da habe ich ja massig Munition. Uh. Uh. Dich habe ich doch schon. Ach, er ist leise. Und viel schneller. Das ist das Kleinkalibergewehr. Ja. Ich glaube, das ist etwas Ähnliches, nur mit Schalldämpfer. Wenn ich den damit reparieren kann, mit meinem anderen, weiß ich es. Ja, ich kann es damit reparieren. Die Modifikationen dürften ich halbbleiben. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ach, ich habe es weggeschmissen. Ja, wenn nicht, dann habe ich es halt weggeschmissen. Äh. Ach. Ich komme durcheinander. Fünf Rattentöter. Fünf. Ich habe das Visier, ich habe ein größeres Magazin, ist eigentlich noch alles dran. Muss ich halt behalten. Muss ich Ihnen das erst wegnehmen? Nein, musst du nicht. Wir können auf uns selbst aufpassen. Naja, wohl, sie passt auch auf uns auf. Ähm. Ja, jetzt gehen wir zu der Kalawanne. Alles mitgenommen. Ja, ich möchte nichts übersehen. Nein. Ich habe alles dabei. Die Karawanne war hier. Wieso gehen die da auf der Reihen? In so einen Tunnel. Reichlich merkwürdig. Oh, 276. Ja, wir stellen uns auf den verstrahlten Haufen. Ach, ist das hier einfach so reingelaufen und dann gestorben wegen den Ratten. Nur so eine Theorie. Alles da lassen. Und wir gehen wieder nach draußen, nachdem ich ja sonst hier jetzt nichts gefunden habe. Was mich anspricht. An wen müssen wir das eigentlich bringen? Falscher Weg. Ach ja, ich muss ja nach unten. Ach nee. Das ist ja eine Zweigstelle an der Lore. Muss ich dann wieder weiter... Hm? Naja, hier. Hm, genau. Man merkt schon hier, alle Sachen verloren. Hätte ich darauf geachtet, würde ich es auch schnell finden. An der Spur von Müll. Und, wir gehen wieder ins Mojah auf Ötland. Tada, gefunden. Ötland finden, ist auch nicht schwer. Nein. Nein. Moment, an wen muss ich das bringen? An die eine Frau, genau. Oder ich kann es, glaube ich, behalten. Stimmt, ich kann es behalten. Ja, dann machen wir noch Pause heute. Ja, das dürfte reichen. Nochmal Schnellreise nach... Na, zum Strip. Nordtour des Strips, genau. Da wollen wir hin. Jede Menge neue Sachen gefunden. Ah ja, mit dem King müssen wir nächstes Mal sprechen. Äh, die hatte ich letztes Mal schon. Mhm. Mhm. Ich habe zwei Nahkampfwaffen, ist klar. Viel, viel Munition. Ja. Karawanenschrotflinte. Granatentöter, Schaufel, Splittergranaten, Dienstgewehrdynamit. Hm. Alles, was haben die ich... Also, einiges brauche ich davon ja gar nicht. Habe ich die schon? Ja, die habe ich schon in meinem Haus... ähm... platziert. Ja, ja. Tja, dann werden wir uns erst in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann gehen wir in den Strip. Ach nee, wir müssen ja erst noch den King finden, dass wir da rein können. Und... Bis dann, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.